Also kein Tee gefällt mir zumindest halt richtig gut. Der räumt schon... Was passiert hier? Was passiert hier? What the fuck war das jetzt schon wieder? Dieses Game ist so kaputt. Es ist so kaputt einfach. Das ist insane. Ey, Raph. Raph, Raph. Habe ich gerade geträumt, oder ist das wirklich passiert? Was habe ich da gerade auf meinem Bildschirm gesehen? Guter Call. Tom und Dennis haben gesagt, ich habe zweimal verpunt und zog. Krass. Gegen Willi? Was labert ihr? Hochtrotz. Ey, ich kriege gegen Willi. Oder? Noll. Chat? Ihr nügt, oder? NBS? Mach mal. Es ist Willi. Ich kriege Willi. Ich habe keine Angst, weil ich halte sowieso. Nummer 6 verzieht hier von Nürnberg. Das gibt es ja nicht. Nein! Der Mann hat so der... Er hat so der... Richtig in die ganze Zeit. Jetzt lass den wir bitte. Seit 20 Minuten sich der Scheiße. Hä? 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 Ich weiß nicht, dass ich jetzt keinmal verpunt habe. Haaland hat sich einfach fürs Elfmeterschießen die Haare gefärbt. So, mal schauen, was der Gegner mit dem ersten Elfmeter macht. Ähm... Das ist sogar Haaland. Ähm... Ab geht's. Den hätten wir. Also, wirklich. Nimm das Ding einfach mal, Wolli. Bruder, was? Ein Tor! Ey, das ist ja wohl nicht normal. Das kannst du dir nicht auswählen, ey. Oh mein Gott, der trinkt jeden Ball. Jetzt heule ich gleich hier gerade schon wegen diesem Spiel. Was ist das? So lächerlich. Schaut's euch an, Alter! Jetzt reicht's mir. Jetzt ist auch hier was kaputt gegangen, Alter. Jetzt sind Tasten kaputt gegangen. Zwei auf einmal. Scheiße. Ja, irgendwie so. Ich hab das heute nicht was selten in dem Megapack ist. Das ist Wahnsinn. Ich hab auch Kavaminga für 2k geholt. Wie heißt der? Ich bin auch Kavaminga. Heißt das auch so? Kavaminga, genau. Kavaminga, Kamavinga. Ist doch nicht so weit, ey. Die Chance. Klasse gerettet. Ich weiß nicht, ob wir hier die Wiederholung noch gebraucht hätten. War ja eigentlich in Echtzeit schon recht deutlich. Ja, aber so gibt's dann eben keine Diskussionen mehr. Egalo, was du kannst. Sergio Canales. Sergio. Sergio Canales. Sergio Canales. Sergio Canales. Guck mal, jetzt nicht vorbeizutreffen. Sergio. Ey, wo soll ich hin? Jugo. Ja. Sergio. Oh, dieser Bug. Oh. Sergio. Belohn die Sergio. Boah. Boah. Jetzt wisst ihr, warum man ihn holen muss. Ja, Bro. Ha-ha-ha-ha-ha-ha. Haaland, 1,90 Meter. 89 Füßes. Wird weggedrängt von irgendeinem Schwanzverteidiger. Ich pack's nicht mehr. Ich pack's einfach nicht mehr. Ich pack es einfach nicht mehr. Guck's euch an. Das Game ist so verpackt. Chillige Pässe. Was, ne Grätsch? Nein. Ramos. Ramos. Digga. Jeden verarscht. Oh, sechs Flammen, sechs Flammen. Niko, ne. Ja. Ja. Oh, ne, du. Fickt euch alle. Scheiße. Scheiße. Auf mir rumhackst und mir dein Ronaldo zeigst? Ja, klar. Vielleicht hab ich ne... Oh. Oh. Ah. Scheiße. Ich hab beide Ronaldos gezogen. Das war's. Ja, Micky, sag ab. Sag ab. Sag ab. Was? Christian Ronaldo. Überleg doch einfach mal. Trimax hat keinen neuen Account gemacht, Digga. Und what? Digga, EA hat so heftig seinen Schwanz geblasen gestern, Digga. Er ist gekommen. Er hat schon abgespritzt. Und sie haben einfach weitergeluscht. Er ist nochmal gekommen. Ja. Digga, der war schon wund. Sie haben weitergeluscht. Er ist nochmal gekommen. Ja. Sie haben weitergeluscht. Er ist nochmal gekommen. Ah. Dann kurz einmal 10 Minuten Pause sauber machen. Den Simi. Und dann wieder rein in den Mund und abfand, Digga. Der ist gestern öfters gekommen, Digga, als ich in meinem gesamten Leben bis jetzt. Fickt euch alle. Das ist illegal. Das ist echt krank. Oh, hat er noch? Oh, auf Cale. Oh, er braucht vier Jahre. Oh. Was war das? Ja, GG, Digga. Ja, muss ich was kaputt, Alter. Fuck, Alter. Fuck, Alter. Das ist ja echt kaputt gemacht. Ja, ist kaputt. Hier. Weiß ich nicht, Digga, warum. Was hast du das gesehen? Nö, bin ich im Stream drin. Warte, was war das denn? Was? Was hat er abgefressen? Was? Hä? Hä? Also ich finde, er hat so ein bisschen fuckboy-Augen. Bei dem Bild würde ich denken, er ist minderjährig, deswegen Smash. FBI, open up! Ehrlich, ich meine nicht deswegen, aber der hat so ein bisschen fuckboy. Pah! Was war denn das? Seit wann gibt es indirekter Freistoß im Strafraum, hä? Was war das denn? Oh, ja! Oh, ja! Torwart? Lässt mich komplett kalt, Chat. Ist ja auch nur Van Der Sar gewesen. Zwei Schüsse aufs Tor, zwei Tore. Denkt man sich, na gut. Müssten vielleicht gute Chancen gewesen sein. Hab mir gerade eben Van Der Sar neu gekauft. Na, Icon. Was ist denn das mit deinem rechten Bein? Einer schreibt Eli Walk in den Chat. Schiri. Schiri. Pfeif ab. Pfeif doch ab. Pfeif doch ab. Auch wenn er langsam ist. Ist halt einfach eine Legende, der Typ. Zack! Gibt es eine Grätsche. Ja, ganz entspannt. Ist doch nix. Pfeif! Ja, ja, ja! Was war das denn? Ja, komm, Ronaldo. Ja, na klar. Ja, Klippen! Jetzt kommt wieder gleich... Oh nein, Junge. Wir hauen... Ich versuche meinen mentalen Geist zu beruhigen, indem ich gut FIFA spiele. Ja, ja! Wuhuu! Auf Wiedersehen! Schick! 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 Mein Tor! Wenn du den machst, ist es meiner. Musst du entscheiden als Trainer. Nein... Mein Tor! Hä? Das ist respektlos! Ja! Und Willi! Willi bin ich voll! Das ist doch Ballrolle gemacht! Weiß er doch! Aber mit dem Viereck muss ich schießen! Du musst mit dem Viereck schießen! Coole Outlines, Willi! Ah! Du bist der Beste! Platziert unten links! Du bist der Beste! Das hätte ich einfach gedrückt! Nee, nee, nee! 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 Komm, komm, komm! Ja gut, Kimpember! Ja, halt die Fresse! Genau das will ich! Und jetzt gibt er Rot? Nee! Wo ist Kohler? Wo ist Kohler? Ja! Ja, stell ihn mal bitte dahin! Dankeschön! Ja, es ist interessant! Gewöhnungsbedürftig! Das tut's wirklich ganz gut! Delektat Rot?! Wer ist? Hab ich gar nicht mitbekommen! Der hat doch gelb gezeigt! Super, er kommt ein bisschen raus! Das wär jetzt ein Traum! Oh! Yes, man! Yes, yes! Okay, mauern jetzt! Mauern, mauern, mauern! Mit dem Bronzespiel! Einfach mit dem Bronzespiel die Ecke reingedreht! Okay! Messi! 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 Bing! Ich hab so viel Platz gehabt! Es ist so Quatsch, Digga! Leon! Latte! Vollrückstür! Digga! Ey, es ist so Quatsch! Es ist so unfassbar Quatsch! Es ist so Quatsch, Digga! Ganz schnell davon! Ganz schnell davon! Ganz schnell davon! Ganz schnell davon! Bitte nicht! Ich kann nicht mehr! Nein! 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 Warum macht er den Pass nach... Hä? Warum fällt er hin? Was? 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 Kann irgendjemand in den Kommentaren erklären, was der Shire hier gesehen hat? Hä? Hä? Okay, kann das bitte kurz wegklippen? Hä? Kann das noch einmal wegklippen? Ich hab ganz große Probleme! Ich hab riesengroße Probleme! Im Papeltechnischer Natur! Das ist so unfair! Ich schwöre bei Gott! Wir sind in der richtigen Ecke! Wir sind in der fucking richtigen Ecke! Wir sind in der fucking richtigen Ecke! Guck mal, was ist das? Das ist doch ein Witz! Jetzt mal wirklich! Wir sind zwei Mal in der scheiß richtigen Ecke! Zwei Mal! Leck mich am Arsch, Alter! Hä? 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 Was hat Veranda gemacht, Digga? Ey! Drück Kreis, schreibt einer, Digga, du Hurensohn! Du Hurensohn! Ja, und die Zeit vergeht auch in Echtzeit, Digga. Boah, scheiß drauf, Digga, nehm ich die Niederlage mit. Versuchen wir's mal? Laurent macht da so einen unsympathischen Eindruck. Er ist so voll stark und so. Let's jetzt! Oh, komm! Junge, was ist ein Comeback, Alter! Nach 3-0, Digga! So verd... Was ist das denn, Digga? Mach doch nichts was mit mir! Oh mein Gott! Einfach Bildschirmschwarz! Was soll das? Wir legen ab. Ein bisschen spielen. Hullet! Ablegen! Bam! Boom! Digga, ich bin der Beste! Oh! Oh! Oh, Melu! Mein Baby! Der ist gut! Kräuf! Oh mein Gott! Einfach nach Anschluss! Martial, komm! Boah! 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 Ja! Boah! 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 Feinta Versöhn diggen,oshi! Wirklich krank, Alter. Was hier passiert, Alter? Wirklich geisteskrank. Heeeey! Heeeey! Ich hasse den doch! Nein. Heeeey! 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 Was macht denn der, Alter? Spitzernbewegung 2. 1,79. 1,79. Hast du Schuhe an? Nein, habe ich nicht und es gibt keine Ausreden. So, wir zeigen der Welt, der größer ist. Hä? Nein! Guck mal die Perspektive, jetzt bin ich größer. Ah ja, okay, warte, ich stelle dich gleich im Dater. Guck mal, wie groß ich bin. Du hast wieder irgendein Ärzte-Hilfer. Wie groß bin ich? Ich dachte, du wärst wirklich ein bisschen größer. Ich bin größer als du, Willi! Nein, ganz leicht. Ich bin größer, guck mal, wo unsere Augenbrauen sind. Ja, guck mal die Augenbrauen. An den Augenbrauen? Du merkst es gerade selber, oder? Ich bin größer, guck mal rüber. Wer ist größer? Schreibt es in die Kommentare. Hol mir jetzt CR7. Oh maaaannn. Wobei, ich sage ehrlich, wenn ich die Wahl hätte zwischen Krisch und CR7, ich würde Mbappé holen, immer. Ja, FIFA würde ich mich immer für Mbappé entscheiden. Und Rums und Bums. So verdient, Digga. So verdient. Schön, dass wir darüber geredet haben. Danke für Nixie, ey. Schuss Statistik. 13 zu 10. Erwartete Tore, warum vier? Ah, okay. Wann war der denn mal vor meinem Tor, ihr Bastarde? Boah, jetzt fick ich hier irgendwas. Ups, Alter, meine Maus ist kaputt. Ist natürlich jetzt eher suboptimal. Das gibt's mein Dingens. Das ist jetzt übrigens meine Maus. Boah, edel, ne? Was soll ich erzählen? Ich kann jetzt nix mehr machen, also kann ich das Team nicht mehr wählen. Geht da rein. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Ja, jetzt müssen wir genau hinschauen. Was? War? Ey, das ist so ein Geschwätz. Das ist so ein Geschwätz. Ey, der war doch drinnen. Ärgerlich. Was? Hast du kein Geld zum Kuscheln, damit's dir warm wird? Nö. Nö. Was ist denn das jetzt? Was ist denn das jetzt? Schweigeminute, sei ruhig. Achso. Ja. Über 30 Minuten später. Äh, wie komm ich hier überhaupt raus aus dem Spiel? Spiel schließen. Nochmal Parejo. Cool, Mann. Nice, Mann. Parejo, Junge. Drei Workouts. Ja, und zwei mal den gleichen. Cool. Jungs, ich war total verbiert. Was ist jetzt los? Was hast du gesagt? Klippe, das ist ehrlich. Einer muss klippen, bitte. Hilfe. Was war das denn? Der Double Time. Ich hab gesagt, ich war vollkommen verbiert. Wo ist er denn jetzt? Wo kommt der denn her? Ach du Scheiße. Einfach Kollegah-Sweet. Junge. Hilfe. Ach, jetzt hier mit Herz gesungen. Natürlich mit Herz. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Darum lasst uns alle nehmen. Da, 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 da. Weiter kann ich nicht.